Von der Sauberamt zurück in Assassin's Creed Valhalla. Ich spiele in DLC Dawn of Ragnarök und ich habe jetzt hier einen weiteren Bosskampf vor mir. Ich habe hier nämlich einen von denen aufgedeckt, der hier die Zwerge immer geschindet hat. Und ich werde mich jetzt um ihn kümmern. Ach, wieder eine Rudelwölfe. Okay. Ich habe hier die Zwerge. Ich habe hier die Zwerge. So, jetzt mal gucken. Da habe ich aus Versehen eine Falschaste gedrückt, damit ihr ein bisschen gesehen, wie meine Leistung ist. Ich mag die Beste. Okay, also klar. Also das Schöne ist, man kann hier weiterhin diese Vorboten killen. Aber was mir halt, was ich noch ganz klar ist, nicht so ganz nachvollziehen kann, ist, wo kann ich mir anschauen, welche Vorboten überhaupt alle zugehören. Da habe ich genug Informationen darüber gefunden. Da habe ich leider noch keine Übersichtsseite. Das hatte ich letztens schon mal probiert. Okay. Also, damit beende ich auch dieses Video. Und da sage ich mal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Have fun, euer Abo-Ram. Bis demnächst hier auf meinem Kanal. Ciao, ciao.